Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Badischen Staatstheater Karlsruhe zur Einführung, zur Uraufführung des Ballettmärchens Rosalka von Jerzy Bubenicek. Mein Name ist Silke Meyer, ich bin Ballettdramaturgin beim Staatsballett Karlsruhe. Für die Frühjahrspremiere 2017 ist es Ballettdirektorin Birgit Keil gelungen, die beiden berühmten und international gefragten Ballettzwillinge Jerzy und Otto Bubenicek für Choreografie und Ausstattung zu gewinnen. Bevor die zwei mit vielen Preisen ausgezeichneten Tschechen begannen, als Tanzschaffende im Team für renommierte Kompanien wie das New York City Ballet, San Francisco Ballet und das Tokyo City Ballet zu arbeiten, hatten beide viele Jahre als erste Solisten beim Hamburg Ballett und Semperoper Ballett Dresden getanzt. In ihrer ersten Kreation für die Karlsruher Company haben sich die beiden tschechischen Ausnahmekünstler auf die reiche Sagenwelt und berühmte Musiktradition ihrer Heimat besonnen und bringen ein Ballettmärchen für die ganze Familie auf die Bühne. Sie erzählen die tragische Geschichte einer Liebe, die zwischen Wunschdenken und Realität zerrissen wird und sich damit subtil in das derzeitige Spielzeitmotto von Wahn und Wirklichkeit einfügt. Rosalka ist eine Nixe, ein Wasserwesen und in der Mythologie sozusagen eine slawische Schwester der Meerjungfrauen, eine Schwester der Undine, Melusine und der Lorelei, die insbesondere in den Erzählungen der deutschen Romantik sehr beliebt waren und die spätestens mit Hans Christian Andersens Kunstmärchen die kleine Seejungfrau und sterblich wurden. Wasserfrauen gehen aber bis in die Anfänge der Mythologie zurück. Mit zu den berühmtesten antiken Wasserfrauen gehören die griechischen Sirenen, deren Gesang Männer ins tödliche Verderben lockte und denen der Held Odysseus nur dank Fesseln und Wachs in den Ohren widerstehen konnte. Das Element Wasser an sich spielte zu allen Zeiten in allen Religionen und Philosophien eine wichtige Rolle. Wasser galt als lebensspendend und todbringend zugleich. Die moderne Tiefenpsychologie reklamiert das Wasser als Ursymbol für die menschliche Seele und das Unbewusste. Schon der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe wusste um diesen Zusammenhang, als er in seinem berühmten Gedicht »Gesang der Geister über den Wassern« schrieb »Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser?« »Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind?« All diese kulturellen Hintergründe und Assoziationen fließen mit ein in das slavische Märchen Rosalka, in dem die menschliche Seele eine zentrale Rolle spielt. Der Name Rosalka geht auf das antike Fest Rosalia zurück und gelangte über die Südslaven schon um das Jahr 1000 nach Russland und in den slavischen Raum. Worum geht es in dem Ballettmärchen Rosalka? Die Wasserfrau Rosalka lebt im Reich der Elementargeister in einem See, ist aber des Lebens unter Wasser im Schatten des Mondes überdrüssig. Sie verzehrt sich in Sehnsucht nach den wärmenden Strahlen der Sonne, nach einer menschlichen Seele, danach, wie Menschen fühlen und lieben zu können. Denn sie hat sich unsterblich in den schönen Prinzen verliebt, der in ihrem See gebadet hat. Da ihr Vater, der Wassermann, Rosalka eindringlich vor den Menschen warnt, kann ihr nur die Hexe jetzt helfen. Rosalka bittet sie um einen Menschenkörper und eine Menschenseele. Die Hexe erfüllt ihr diesen Wunsch, aber unter einer riskanten Bedingung. Sollte der Prinz ihr untreu werden, wird er sterben müssen und sie alles verlieren und für immer in den dunklen Tiefen des Wassers verdammt sein. Der Prinz, verzaubert von Rosalkas seltsamer Schönheit, nimmt sie als seine Braut mit sich auf sein Schloss. Doch in der Menschenwelt fühlt sich Rosalka während ihrer Hochzeit in ihrem neuen Körper nicht wohl, denn im Inneren ist sie noch immer ein Wasserwesen. Sie hat so viele Gefühle für den Prinzen, vermag sie aber nicht, ihm zu zeigen. Dass sie ihm nicht klarmachen kann, wie sehr sie ihn liebt, bricht ihr das Herz. Der Prinz versteht sie nicht und hält sie für kalt und herzlos. Er wendet sich von Rosalka ab und umwirbt die fremde Fürstin. Die verzweifelte Rosalka versucht vergeblich, den Prinzen zurückzugewinnen. Plötzlich taucht der Wassermann auf. Er prophezeit dem Prinzen seinen baldigen Tod und zieht Rosalka mit sich zurück in die Tiefen des Wassers. Die Hexe rät Rosalka den untreuen Prinzen mit einem Messer zu töten. Nur so kann sie der ewigen Verdammnis entgehen und in ihr altes Leben zurückkehren. Rosalka lehnt ab. Nach einer verzweifelten Suche findet der Prinz Rosalka und bittet sie um Vergebung. Sie entzieht sich seinen Annäherungen. Denn sie weiß, dass der Kuss, um den der Prinz sie bittet, tödlich für ihn sein wird. Schließlich erlöst Rosalka den Prinzen von seiner Schuld und küsst ihn. Er stirbt in ihren Armen. Rosalka aber bleibt auf ewig als einsame Seele in den unendlichen Tiefen des Wassers gefangen. Das Märchen Rosalka behandelt ein Thema, das so alt ist wie die Menschheit selbst. Ein Mann betrügt seine Frau. So ist es dem Choreografen Jezibu Benitschek ein wichtiges Anliegen, nicht nur von der buchstäblich märchenhaft großen Liebe zu erzählen, sondern auch von dem Schmerz und der Trauer eines Menschen, der verraten und missbraucht wurde. Dennoch ist Rosalka für ihn kein Opfer. Im Gegenteil. Sie ist eine starke Persönlichkeit. Es ist ihre freie eigene Entscheidung, dem Prinzen in die Menschenwelt zu folgen und menschliche Gefühle zu erleben. Sie ist sich der möglichen Konsequenzen absolut bewusst. Die Hexe und der Wassermann warnen sie eindringlich vor den lasterhaften Seelen der Menschen. Rosalka aber liebt den Prinzen so sehr, dass sie ihm vergibt. Und damit ist sie genau genommen mitfühlender und menschlicher als die Menschen selbst. Der Prinz hingegen ist wie ein reiches, verwöhntes Kind, das alles haben kann, was es will. In dem Moment aber, in dem er Rosalka endlich besitzt, hat er auch schon wieder das Interesse an ihr verloren. Die Figur des Prinzen ist das Symbol für den ewig alten Kreislauf, dass wir nur das begehren, was wir nicht haben. Der Wassermann ist der mächtige Herrscher über die Welt der Elementargeister, ein Wesen mit übernatürlichen Kräften, das auch die Menschen in Angst und Schrecken versetzen kann. Er ist aber auch Rosalkas ehrlich liebender Vater. Jerzy Bubenicek hat für den Wassermann, der in der tschechischen Märchenwelt als Vodnik besonders populär ist, einen ganz speziellen animalischen Bewegungsstil kreiert. Und so bewegt sich der Tänzer viel im Plie, in Bodennähe, wie ein Tier. Die Handlung von Rosalka findet in zwei verschiedenen Welten statt, im Elementarreich des Wassermanns und in der Menschenwelt des Prinzen und der Hofgesellschaft. Im Bühnenbild von Otto Bubenicek ist es das Element Wasser, das diese beiden Welten miteinander verbindet. Auch wenn das Wasser physisch nicht da ist, so spüren wir doch permanent seine Anwesenheit und seinen Einfluss. Nicht nur im ersten Bild des ersten Aktes, wo mit dem See und seinem Ufer das Reich des Wassermanns gezeigt wird. Im zweiten Bild des ersten Aktes ist der Schlossgarten des Prinzen zu sehen, doch einige Teile der menschlichen Architektur wie das Eingangstor und ein Säulengang sind schief und nur noch halb zu sehen, weil der Rest schon im Wasser untergegangen ist. Im Schnürboden oben hängt kopfüber ein umgekipptes Boot, dessen Anker sich in den Boden des Gartens gräbt. Es ist ein Symbol für die Überlegenheit der Natur. So sehr wir Menschen, die Natur und deren Rohstoffe auch ausbeuten und die Meere leer fischen, eines Tages wird sie zurückschlagen und viel stärker sein als wir Menschen. Die Choreografie deutet dies augenzwinkernd an. Die Menschen der Hochzeitsgesellschaft essen hemmungslos Fisch und allerlei Meerestiere. Für Rosalka ein großer Kulturschock. Auch für den Bühnenraum des zweiten Aktes nach der Pause gilt. Das Wasser kann innerhalb Sekunden alles zerstören. Auch die Liebe. Die Kostüme der Menschen nähern sich in Stil und in den Schnitten unserer heutigen Zeit ein klein wenig an. Aber Otto Bubenitschek hat bewusst auf eine bestimmte geschichtliche Epoche und eine konkrete zeitliche Einordnung verzichtet. In der Kleidung der Hochzeitsgesellschaft finden die drei Farben der tschechischen Nationalflagge Rot, Blau und Weiß sowie die tschechische Folklore ihren Niederschlag. Die Elementargeister Rosalka, der Wassermann und die Hexe hingegen tragen fantasievolle, frei assoziierte Kostüme und Perücken. Die Musik zu Rosalka stammt aus der Feder der beiden berühmten tschechischen Komponisten Leos Janacek und Antonin Dworzak. Janacek, 1854 geboren und 1928 gestorben, ist vor allem durch seine Opern wie Jenufa, Katja Kabanova und Die Sache Makropulos weltbekannt. Dabei war er nicht nur ein genialer Komponist, sondern auch Musikpädagoge, Forscher, Schriftsteller und Gründer einer Orgelschule. Er studierte die Volksmusik und Sprache seiner Landsleute und wurde mit seiner Theorie der Sprachmelodie zu einem der bedeutendsten Musikneuere des 20. Jahrhunderts. Auch wenn die Werke für Klavier nur einen kleinen Teil von Janaceks Schaffen ausmachen, so weisen ihn seine drei großen Klavierkompositionen, die beiden Zyklen auf verwachsenem Pfade und im Nebel sowie die Sonate 1. Oktober 1905 als brillanten Kenner dieses Tasteninstruments aus. Der tschechisch-amerikanische Pianist Rudolf Firkuschny nannte Janaceks Klavierkompositionen eine Art Tagebuch, ja fast sogar eine Beichte emotionaler Höhen und Tiefen über die Jahre hinweg. Aus Janaceks Werken für größere Besetzungen und Orchester erklingen unter anderem Ausschnitte aus den beiden großartigen Streichquartetten Kreuzersonate und Intime Briefe, aus der Sinfonietta, dem Capriccio und dem Concertino sowie zwei Instrumentalsätze aus der glagolitischen Messe. Ergänzt wird die Musik Janaceks mit der eines nicht minder berühmten Landsmannes, mit Musik von Antonin Dworzak. Er war knapp 13 Jahre älter als Janacek und wurde 1841 geboren und starb 1904. Seine heute erfolgreichste Oper ist Rusalka. Dworzak schrieb sie im Jahr 1900 auf ein Libretto von Jaroslav Kvabil. Sie wurde 1901 in Prag-Uhr aufgeführt, wenige Jahre vor seinem Tod. Daneben gehören die slawischen Tänze Opus 46 und Opus 72 heute gemeinsam mit der 9. Sinfonie in E-Moll aus der Neuen Welt und dem Cello-Konzert in H-Moll zu seinen populärsten Orchesterwerken überhaupt. Janaceks Klaviermusik verwendet Jerzy Bubenicek für die Szenen, die in der Wasserwelt spielen. Denn sie erinnert an Wassertropfen, an Wellen, die der Wind auf die Wasseroberfläche eines Sees weht. Diese Musik hat etwas sehr Intimes, Magisches und passt sehr gut zu der Welt unter Wasser. Die Musik des Prinzen und der Menschenwelt hingegen ist großbesetzte Orchestermusik, die sehr majestätisch und zuweilen pompös anmutet. So zum Beispiel der Eingangssatz aus Janaceks glagolitischer Messe oder der siebte slawische Tanz von Antonin Dworzak. Die slawischen Tänze komponierte Dworzak 1878 nach dem Vorbild der damals ungeheuer populären ungarischen Tänze von Johannes Brahms. Die Volksmusikthemen, die sowohl Dworzak als auch Janacek in ihren Werken verwenden, haben den Choreografen Jerzy Bubenicek durchaus dazu inspiriert, im Tanz eine Art Reminiszenz an die tschechische Folklore zu zeigen. Er verwendet jedoch keine konkreten Schrittfolgen aus den alten Volkstänzen oder historisch korrektes Material, sondern folgt in seinen Bewegungsassoziationen der Lebensbejahung und der slawischen Seele der Musik. Nun heißt es Bühne frei für das geheimnisvolle Reich der Wasserwesen und die wunderbar zerstörerische Macht der Liebe oder, um mit dem Dichter der deutschen Romantik Ludwig Tieg zu sprechen, mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält, wundervolle Märchenwelt, steig auf in der alten Pracht. Dichter 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 Dichter